Das Regio TV Plus ist für euch jetzt im Alter würdigen eine schöne Chance. Wir haben euch in den letzten zwei Jahren berichtet, da ist ein neuer Wind hineingekommen. Wolfgang hat mit seinem Team zusammen diese zwei Jahre schwierig überstanden. Du bist immer noch da, hast neue Pläne und darum ist auch Danny wieder gekommen. Wolfgang, du möchtest gerne Fasnacht hochleben lassen. Was hast du im Kopf? Es geht auch darum, Fasnacht wird überall abgesagt, mies gemacht, auf gut Deutsch gesagt. Wir wollen eigentlich der Google Musik hier eine kleine Plattform geben, das ich sie präsentiere am 5.3. Da suchen wir ein paar Google Musik, so fünf, sechs Stück, wo Lust hätte, hier aufzutreten, im Chez George. Und ein bisschen Remi Demi, Party, Stimmung, was alles dazugehören tut. Mit Genehmigung, sogar noch vom Sicherheitsdepartement, mit der Auflage, wo man hat, dürfen sie alle spielen. Sogar mit 3G darf die Google Musik hier spielen. Die Gäste müssen natürlich 2G plus haben. Was erwartest du denn von so einer Google Musik? Du hast ja schon zwei, drei Liedlienspiele, aber ich meine, wenn du mal eine Google Musik losgelassen hast, dann geht die gut und gerne mal eine halbe Stunde Programm her. Hast du einen Ablauf von oben oder möchtest du dich inspirieren lassen, was Google selber machen möchte? Also es geht damit, die Google können damit entscheiden, wie, was, wo, es soll einfach eine geile Arbeit werden. Und ob jetzt jemand eine Viertelstunde spielt oder eine Halbstunde spielt, der soll noch Lust und Laune spielen, er soll natürlich nicht übertrieben, dass die anderen drei Stunden erwarten müssen. Also es soll eine Abspare sein, also es soll einfach nur eine geile Party werden. Gut, aber man muss sich anmelden, du bist darauf angewiesen, dann gib doch schnell die Koordinaten durch, und man meldet sich dann im Jahr direkt bei dir. Direkt bei mir, entweder unter der Telefonnummer 079 222 48 45 oder unter meiner E-Mail-Adresse w.klein-at-bluewind.ch Und vorher, um ihn auch kennenlernen, könnt ihr zum Beispiel am 05.02. auch hier an die nächste Oldie Night kommen und dann seht ihr den Wolfgang gerade vor Ort und dann kann man sie eigentlich auch gerade besprechen. Also, die in sofort der Delegation abstellen und ab ins Chez-Horch zum Wolfgang. Hab ich etwas vergessen? Nein, war alles tip-top. Schöne Phase noch. Danke, gleichfalls. Danke.